Ich lerne Deutsch. Nummer 982 Vergiss bitte nicht, diesen Kanal zu abonnieren. Bitte bestätigen Sie den Empfang dieses Pakets mit Ihrer Unterschrift. Bitte bestätigen Sie den Empfang dieses Pakets mit Ihrer Unterschrift. Ich habe Zahnschmerzen und sollte nicht so viel Schokolade essen. Ich habe Zahnschmerzen und sollte nicht so viel Schokolade essen. Beide setzen sich auf den Boden und beginnen mit einfachen Übungen. Beide setzen sich auf den Boden und beginnen mit einfachen Übungen. In drei Monaten habe ich hier ein berufliches Meeting. Dann können wir uns wiedersehen. In drei Monaten habe ich hier ein berufliches Meeting. Dann können wir uns wiedersehen. Warum gibst du mir die Schuld? Ich war es nicht. Bettys Achselhöhle wird in einem medizinischen Zentrum behandelt. Bettys Achselhöhle wird in einem medizinischen Zentrum behandelt. Dieses Jahr haben wir die tropischen Strände Thailands besucht. Dieses Jahr haben wir die tropischen Strände Thailands besucht. Mama und Papa gehen vor mir her über die grüne Wiese. Mama und Papa gehen vor mir her über die grüne Wiese. Sie halten sich an den Händen. Du brauchst schwerere Hanteln. Ich habe die richtigen für dich bestellt. Du brauchst schwerere Hanteln. Ich habe die richtigen für dich bestellt. Möchte jemand Schokoladenplätzchen probieren? Im Supermarkt gab es eine neue Sorte. Möchte jemand Schokoladenplätzchen probieren? Im Supermarkt gab es eine neue Sorte. Möchte jemand Schokoladenplätzchen probieren? Im Supermarkt gab es eine neue Sorte. Jetzt kommen einige Wiederholungen. Mir scheint, dass die Waschmaschine zu groß für mich ist. Mir scheint, dass die Waschmaschine zu groß für mich ist. Wir sind auf einer Bergtour und kommen erst morgen zurück. Ich zeige euch, wie man es macht. Ihr könnt es dann nachmachen. Ich zeige euch, wie man es macht. Ihr könnt es dann nachmachen. Die höheren Heizkosten kann ich mir nicht leisten. Die höheren Heizkosten kann ich mir nicht leisten. Die Höheren Heizkosten kann ich mir nicht leisten. Ich habe kein Geld dafür. Die Strohballen liegen auf dem Feld. Was möchtest du als nächstes tun? Ich kann wenigstens einen weiteren Block darauf legen, bevor der Turm umkippt. Die Tasche ist zu schwer für dich. Bitte stellen Sie einen bunten Blumenstrauß zum Muttertag zusammen. Teamarbeit entspricht dem Wunsch nach mehr Gestaltungsspielraum und Mitbestimmung bei der Arbeit. Heute laufe ich den Halbmarathon. Heute laufe ich den Halbmarathon. Heute laufe ich den Halbmarathon. Es sind nur noch wenige Meter bis zum Ziel. Ich habe die ganze Nacht an der Lösung des Problems gearbeitet. Ich habe die ganze Nacht an der Lösung des Problems gearbeitet. Ich habe die ganze Nacht an der Lösung des Problems gearbeitet. Wir haben gemeinsame Interessen und passen gut zusammen. Wir haben gemeinsame Interessen und passen gut zusammen. Vergiss bitte nicht, diesen Kanal zu abonnieren. Und gib uns bitte ein Like. Ich habe die ganze Nacht an der Lösung des Problems gearbeitet. Ich habe die ganze Nacht an der Lösung des Problems gearbeitet.